So Leute, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich nutze die Sprungfläche auf den Wächtertürmen. Dazu gebe ich euch den Tipp, macht es auf jeden Fall in Gruppenkeile und ich zeige euch jetzt auch noch, wie das in noch nicht mal, lasst mich mal, sagen wir mal grob, 30 Sekunden geht. Also ihr geht einfach, landet beim Wächterturm, bei irgendeinem von den Wächtertürmen, weil die sind ja hier überall verteilt. Da ist einer, da ist einer, da ist einer, hier ist einer und ist da noch einer? Ich bin mir gerade selber nicht sicher. Aber ihr geht einfach hin, landet dort, springt dort, direkt den Kleider öffnen, dann springt ihr direkt wieder zurück, dann direkt wieder den Kleider öffnen und genau so könnt ihr das machen in weniger als, ich würde sogar behaupten, es geht noch schneller. Also es ist eine ganz simple Aufgabe, ganz schnelle 24.000 XP. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Ich kümmere mich natürlich noch um die letzten Aufgaben für euch und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.